So, so, so YouTube, hallo und willkommen zu TimeGather. Fünf Runden, fünf Orte, fünf Zeiten. Ich werde mich total blamieren, ihr seid dabei, ihr könnt mitmachen. Und wir werden, ja, gucken, ob ich ein bisschen was weiß und mich mit euch vergleichen. Vielleicht spielt ihr das Spiel auch, dann fügt mich hinzu als Larry Wayne einfach in dem Spiel oder postet eure Ergebnisse einfach in den Discord, nicht wahr? Und dann funktioniert das Ganze. Ich mache das Daily jeden Tag und guck mal, wie weit ich heute komme. Wir kriegen immer ein Bild vorgeschlagen und wenn ihr die volle Ansicht wollt, dann kommt in den nicht vertikalen Livestream. Der läuft nämlich nebenbei und der geht auch ein bisschen länger. Und dann würde ich sagen, analysieren wir doch mal das erste Bild heute. Okay, Kinder, Matratzen, Autos. Wir sind 70er. West of Scotland trusted saving banks. Ich hätte auch auf England getippt. Man müsste die Kirche wahrscheinlich kennen. West of Scotland. Was ist denn westlich von Scotland? Wasser. The west coast of Scotland. The inner sea. Glasgow. Könnte auch sowas wie Eier nachher sein, nicht? Davon habe ich zu wenig Ahnung von Schottland. Ich weiß auch nicht, wo Westschottland anfängt und Westschottland endet. Von daher ist das auch nicht wirklich eine Hilfe. Aber gut. Motel Glasgow. Was steht denn da noch? Aconel. Das ist ein Name, nicht? Den Rest kann man nicht lesen. Autokennzeichen. Natürlich perfekt verdeckt. Das heißt, wir wissen wirklich nur so eine Kirche. Hier dürfte der alte Stadtkern sein. Dann gucken wir doch mal. Da ist ja St. Enoch Center. Vielleicht sehen wir irgendeinen Landmark, irgendeine alte Kirche am Rand. Gucken wir auf den Satelliten runter. Und können uns gleich für das Spiel danach ein bisschen Stadtlayout angucken. Mhm. Weiß halt nicht, ob man diese Kirche wirklich von oben sieht. Gerade wenn die irgendwo eingebaut ist, ist das ziemlich schwierig. Und wenn man dann noch in der falschen Stadt ist, dann wird es noch schwieriger, nicht? Wenn man alleine eine Himmelsrichtung schon hätte, könnte man, glaube ich, noch viel mehr dazu aussagen. Hier passen die Häuser besser. Hier ist eine Kirche auf jeden Fall. Die hat keinen Turm. Die hat nur in der Mitte so ein Ding. Hier haben wir noch irgendwas. Das sieht aber eher nach Rathaus aus. Wir haben auch dann genau an der Straßenecke so einen Turm. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das aussehen würde gerade. Das ist ein großes Thema, würde ich behaupten. Und wenn ich hier auf die Seite gucke, verpasse ich wieder die. Aber wir können doch nicht alle Seiten durchgehen, nicht? Vielleicht haben sie die Innenstadt überarbeitet. Hier. Der Turm sieht nur nicht aus wie der Turm. Aber so von den Gebäuden passt das hier schon eher. Ja. Jetzt zoomt er wieder unendlich. Die Apple-Map, die hier verwendet wird, hat ein paar Bugs, muss man sagen. Okay, ich klicke einfach mal hier hin. Und wir gucken nochmal nach Eier oder so. Oder Ginoch. Nee, Eier nicht. Oder Air oder wie das heißt. Ob wir hier durch Zufall ein Gebäude sehen, wo ich sage, ja, das ist es. Wir haben eher so im Hinterhöfen immer die Kirchen. Gefällt mir aber noch besser. Von den Häusern und den Aufbau, wenn ich das hier mir angucke. Ich meine, sieht man im Hintergrund was? Man sieht nicht mehr einen Berg oder so. Es ist echt nicht leicht. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach entscheiden. Nehmen wir Eier? Ich würde sagen, wir nehmen heute Eier. Ein Gebäude, wo ich noch denke, ja, das könnte es sein. Aber wahrscheinlich steht diese Kirche gar nicht mehr so, wie sie aussieht. Oder sie wurde nochmal aufgebaut und renoviert. Ja, gehen wir einfach. Weiß nicht. Sind Plätze. Gehen wir einfach hier hin. So, um wann gehen wir? Also, die Autos sagen auf jeden Fall nicht 60er. 74. Er hat eine Jeans an. Die haben Pullis an. Keine Anzüge wie Jogginganzüge. Und die Matratze sieht auch eher so aus den 60ern übrig geblieben aus. Nicht? Mit den Mustern. Gehen wir auf 76. Und gucken. Okay, es war doch Glasgow. Ah, schade. Hätten wir mal bleiben sollen. Hätten wir auf jeden Fall ein paar Pünktchen noch mehr gehabt. Ist die Kirche denn noch da? Ne, die Kirche ist nicht mehr da. Oder? Ist sie das? Doch, das. Aber die steht nicht mehr an der Straßenecke. Beziehungsweise ist die Straßenecke keine Straßenecke mehr. Ja. Okay. Ja, wenn man lang genug gesucht hätte, hätte man es vielleicht gesehen. Aber ich glaube, so weit hoch wäre ich gar nicht gegangen Richtung Stadion. Nicht? Ich wäre hier im Umkreis der Innenstadt geblieben beim Gucken. Ich meine, bis hierhin sind wir ja. Aber da hoch wäre ich nicht gegangen. Na ja, gut. Aber 8.992 immerhin noch okay. 1980, vier Jahre weg. Ja. Moskau Olympics. Aha. Gut, gut, gut. Dann ab in die nächste Runde. Bild Nummer 2. Was haben wir denn da? Menschen, die rumsitzen und den Alltag genießen. Ein paar Snacks. Panneköken. Hamburgers. Poffietjes. Pannecakes. Restaurant Plein. Äh, das ist doch, äh, äh, ähm, Panneköken, äh, Niederlande, Panneköken. Aber, Plain, ist das Amsterdam? Restaurant Plein. Äh, ich bin der Meinung, sowas hat man irgendwo schon mal gehört, aber ich kenne mich nicht aus. Man hat irgendwie so viel schon mal gehört, mitgenommen. Da ist eine Burgerbar. Gibt's noch Snacks? Auto. Das gibt dann zumindest so einen Anhaltspunkt in welchem Jahrzehnt. Ich würde sagen... 70? Ist, glaube ich, ein guter Deal. Könnte ein bisschen später sein. Aber sind die Niederlander nicht? Da weiß man immer nicht. Die könnten ihrer Zeit ein bisschen voraus sein. Gehen wir mal auf 72 vielleicht. Okay. Plein 24. Sehen wir da irgendwas? McDonalds, Easy Times. Ich würde auch die anderen Städte theoretisch in Betracht ziehen, aber praktisch nicht. Können wir nochmal einmal dichter rangehen, ob wir durch Zufall was sehen. Wahrscheinlich sagen die meisten, oh, das Plein, das ist das berühmte Restaurant, das kennt man doch. Da sitzen sie immer alle. Äh, ja gut. Was alles heutzutage berühmt sein müsste und was man kennen sollte, übersteigt das, was ein Mensch oder 20 Menschen in einem Leben überhaupt kennen können sollte. Oder schafft zu kennen. Wir suchen Alba Plain. Sarah, Burger King, Amsterdam, O'Reilly's, McDonalds, Uniqlo. Ja, sagen wir hier vorne oder so. Sagen wir hier vorne oder so, keine Ahnung. Ah, ja. Okay, wir waren auf jeden Fall in der Nähe. Und ist das heute noch da? McDonalds, Full Moon Garden, Crystal, Maisos. Nicht mehr da gewesen. Okay, dafür sind wir nicht so weit weg. Drei Jahre nur Abstand, 75 sogar noch ein bisschen später. Okay, ja, ich wäre auch eher später als früher gegangen. Das passt aber sehr gut. Mein Benchmark heute ist 43.125. Gregor hat also ordentlich vorgelegt. Falls ihr auch vorgelegt habt, dann teilt das mir mit. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Nicht wahr? Okay. Irgendwie geht heute auch die YouTube-Seite nicht richtig. Also Analytics funktionieren zum Beispiel gar nicht. Ist immer ein gutes Anzeichen. Aber wir gehen einfach in die dritte Runde und lassen uns davon nicht beirren. Da haben wir doch mal eine schöne Ansicht. Wir haben Trams. Mhm. Sind hier noch Pferde betrieben? Ich glaube nicht. Da passt kein Pferd zwischen. Das heißt, wir sind schon elektrifiziert. Man sieht es, glaube ich, auch an den Stromkabeln hier oben. Das heißt, Portugal. Aber das ist die Botschaft wahrscheinlich. Das heißt, wir sind nicht in Portugal, oder? Banco, Lissabon? Doch. Okay. Dann würde ich sogar sagen, sind wir in Lissabon. Marmoera. Lisboa. Dann gucken wir mal. Ja, Bank of Lissabon. Ich meine, werden wir die Straße in irgendeiner Weise identifizieren können? Da hinten ist ein Gebäude. Aber das sieht man kaum. Hm. Palm und Menschen. Meistens fahren die Trams immer noch da, wo sie früher lang fuhren. Aber wie man hier sieht, die fahren anscheinend überall. Auch hier in kleinen Wegen rein. Das ist also wenig hilfreich. Und so ein enges Hausviertel, nicht? Die sehen alle gleich eng aus. Das könnte durchaus die Straße hier sein. Was haben wir denn hier für Sachen? Kalax Geral. Hm. Die Hybridansicht ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, es könnte jetzt jede Straße davon sein. Klar könnte ich jetzt Glück haben und die Bank von Lissabon finden. Aber auch hier fährt eine Tram, nicht? Achso, das war, glaube ich, sogar die Straße. Ja, komm. Wir gehen hier in die Caldado Combro. Weil hier steht ja auch irgendwas mit Moeria. Habe ich nicht Combro gelesen? Nee. Habe ich wieder geträumt. Banco, Lissabon. Okay. Wann? Jetzt kommt der schwierige Part. 21. 19, 21. Muss man dazu sagen. Wir haben ja schon 20. Später. 30er. Gehen wir auf 25. Immer in die Mitte eines Jahrzehnts und machen Guess. 19, 11 sogar. Oh, hätte ich nicht gedacht. Okay. Da haben wir ordentlich Punkte verloren heute. Und das wäre in der Straße gewesen. In Lissabons Old Town. Okay. Ja, die sieht. Achso, das ist unsere. Hier. Die sieht jetzt nicht großartig anders aus. Ist die Bank noch da? Ist die Bank noch da? Zentral-Dabaxia. Hm. Cupra. Glaub nicht. Ja. Also wenn man die Ecke kennt, okay, dann nicht. Und da war, kann man das vielleicht einordnen. Ansonsten ist das, glaube ich, schon nicht schlecht gewesen. Aber zeitlich ärgert es mich. Aber 1911 elektrifiziert in dem Umfang in Portugal. Okay. Muss ich mir merken. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Ne? Oh. Ich wollte ja gar nicht umzuschüchen. Hätte ich nicht gedacht. Okay, heute ist Straßenszenen, wo Leute einfach rumsitzen. Kann das sein? Ja, schon wieder so eine Szene. Hm. Okay, wir haben runde Autos und leichteckige Busse schon. Das heißt, ich würde mal auf vielleicht 69 gehen. Finden wir hier vielleicht was in den Zeitungen. El Rempo. Anbilo-Un-Q-Q-M. Rialto. Kanorodo-Heu-Rialto. Oh, Rialto. Metro. Rialto. Hat man schon mal gehört, nicht? Aber wo liegt das? Irgendwo wahrscheinlich am Wasser. Wenn es nicht am Wasser liegt, dann würde ich jetzt falsch gucken gerade. Hm. Rialto. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchen Zusammenhang ich das früher gehört habe. Rialto. Rialto-Brücke ist Venedig, nicht? Daher kenne ich das auf jeden Fall. Aber wo ist es hier? Das ist dann die große Frage. Lustige Geschichte. Meine Kollegin trinkt Kaffee mit Strohhalm aus der Tasse. Ist das so ein Strohhalm, der Geschmack reinbringt? Es kann auch sein, dass da mehr Luft beim Trinken mit reingesogen wird. Und der Kaffee dadurch auf der Zunge mehr prickelt und besser wahrgenommen wird. Gibt solche verrückten Tricks, ja. Ravenna. Rimini. Paesro. Anoka. Pesquera. Also das ist auf jeden Fall nicht Venedig, nicht? Das können wir ja festhalten. Wenn... Ich kenne auch nur ein Rialto irgendwo in Brasilien, bin ich der Meinung. Was sieht hier... Il Tempo, blablabla... Hat eher... Hm. Ansonsten hätten wir ein Kennzeichen M. Und Metro. Davon habe ich noch nie gehört. Dann wird Zeit. Da hinten ist irgendwas mit Florida. Hm. Ich meine, er führt mich vielleicht... Vielleicht. Und jetzt kommt das fiese. Sind wir nicht in Italien. Da sitzen aber Italiener mit der italienischen Zeitung im italienischen Viertel in einer anderen Stadt der Welt. Das könnte sein. Boah. Das ist fies. Gebt euch mal mehr von der Szene. Ich bräuchte so ein Programm, was dem Mauszeiger folgt, damit in der vertikalen Szene man das besser sieht, nicht? Hm. 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 YouTube fängt nicht genug Daten. Tja, YouTube. Warum nicht? Hm. Ups. Wollte nicht die Szene anfassen. So. Ich wollte doch in die Szene reingehen. Mich macht das alles ein bisschen stutzig. Mit Florida, Capitol, Metro, Rialto. Fotokopias, NL Acto. Hm. Ich bin skeptisch. M. Pisa, Genua, Nizza, Barcelona, Valencia. Faro, Sabon, Porto, Corona. Oh, das ist schwierig. Madrid wegen M hier drauf? Hm. Skeptisch bin ich. Sehr skeptisch sogar. Adomaga. Metro. Eine Metro kann eigentlich nur eine Hauptstadt sein, oder? Ich weiß nicht, warum ich so Madrid im Gefühl hab. Tefalgar Square. Ja, wow. Haben die hier vielleicht ein Little Italy? Ich hab so gar keine Idee. Wenn man keine Idee hat, geht man in die Hauptstadt der Stadt, die man am ehesten denkt, nicht? Und dann gehen wir einfach nach Rom. Rialto wird, wenn wir Glück haben, einfach in der Umgebung von Rom sein. Dann verlieren wir immerhin nur 500 bis 1000 Punkte. Was anderes bleibt uns jetzt sowieso nicht übrig. Gibt's vielleicht ein Stadtbezirk, der Rialto heißt? Parioli, Flamiro, Prati, Navigrato, Töri, Latino, San Giovanni, San Lorenzo, Campetelli, Regola, Pigno, Ponte, September. Dezember. Haben die überhaupt eine U-Bahn? Da ist ein U-Bahn-Eingang. Mir gefällt die Architektur, die passt auch nicht zu Rom irgendwie. Aber ich kenn auch Rom nur die paar Bilder, die man so kennt. Wenn jemand ein Urlaubsfotos schlägt. Oder was man mal im Fernsehen sieht, nicht? Das sind dann immer die alten, engen Gassen. Und die wirken nicht wie das hier. Das hier wirkt wirklich wie Südamerika. Aber ich hab nicht den Schneid, nach Südamerika zu gehen. Und ich sage mit Ansage voraus, es ist eine Gruppe Italiener in einem italienischen Bezirk in Südamerika. Wenn ich wirklich in Italien bin, Respekt, dann hab ich's einfach nicht wahrhaben wollen. Komm, wir gehen hier mitten an dieses Zentrum-Ding und sagen 1969. Doch, Madrid! Ich hatte es kurz in, kurz im Verdacht wegen dem M. Ich hatte nicht genug Schneid, nicht? Wegzugehen. Ah! Ich find's irre, wie lange du immer brauchst. Ich hab einen Klick und lag nur 3,8 Kilometer daneben. Ja, wenn du da eine Ahnung hast, ist ja schön. Beim Programmieren mach ich einmal nur einen Klick und sag, wie kannst du das if nicht erkennen? Nicht? Das ist halt so die Sache. Manche haben in manchen Dingen einfach mehr Ahnung. Und ich anscheinend nicht von Architektur. Ich kann nur erkennen, dass das auf jeden Fall nicht Rom ist. Aber ich hätte zu viel Angst gehabt, woanders hinzugehen. Was ist denn da auf Spanisch? Da steht kein einziges spanisches Wort. Die haben italienische Zeitungen. Il Tempo, il la pompa. Da steht Paradiso. Da steht, äh, bla. Was stand da? Los Angeles. Das sind alles und da Rialto. Das sind alles keine Worte, die für mich spanisch sind. Das ist ja die Sache. Also, davon, das ist alles spanisch. Bei drei Worten, die nicht spanisch sind, finde ich, gewagte Aussage auf jeden Fall. Außerdem, dann noch Martini-Dinger hier drauf, nicht? Dann hier den alten, ey, äh, äh, Cappuccino-Kopf. Äh, also, na. Aber warum das jetzt Rialto heißt, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Wahrscheinlich einfach so, nicht? Na gut, na gut, na gut. Na gut, du siehst halt nur Tempo. Tempo. Das ist halt das Problem. Das dahinter siehst du ja gar nicht. Und für mich sieht's aus wie ein Il. Und nicht wie ein L. Aber na gut. Und 61. Gut, 61, 60er Jahr. Ich find halt, man kann immer das Jahrzehnt bestimmen. Aber so das genaue Jahr. Okay. Discount, Health and Beauty AIDS. Bild 5 von 5. Fresh Cut Flowers. Die drehen ein Film. Restaurant, Vegetables. Das ist gemein. Das können auch wieder zwei Optionen sein, nicht? Love. Ronna Vision. Anna Flex. Wow. Ich wusste genau, was die da drehen. Hab's auf DVD. Ich kenn keinen einzigen dieser Menschen. Siehst du, aber das ist halt die Sache. Wenn man das kennt, dann ist es ja einfach. Wenn ich was kenne und dann zu sagen, ja, das ist doch einfach. Nee, ist es eben nicht. Das ist Überheblichkeit. Da muss man immer aufpassen. Das geht mir aber oft auch so, dass man nicht andere ... Das haben Lehrer vor allem das Problem, nicht? Lehrer gehen immer von so einer ... Das hatten wir neulich, glaub ich, schon mal die Diskussion. Lehrer gehen immer von einem Standpunkt aus, dass sie es ja schon wissen. Aber sie müssen es ja dem anderen vermitteln. Und Lehrer schaffen es oft, den Standpunkt nicht zu vermitteln, weil sie nicht verstehen, dass jemand etwas noch nicht verstanden haben kann. Aber sie war noch mal selber in der Situation. Das ist immer das, was ich schwierig finde. Da sagt keiner der Menschen hier irgendwas. Man muss ja immer ... Wenn ich etwas weiß, ist es immer leicht zu sagen, ist doch einfach. Ist es aber nicht für jemanden, der erst mal auf den Weg dahin kommen muss. Also es gibt Bananen. Also entweder sind wir in Los Angeles und die haben ein Set hier. Oder wir sind in New York. Oder wir sind irgendwo in Kanada. Ja. Na dann, viel Spaß. Muss jetzt los. Bin verabredet. Dann wirst du erfahren, wie sehr ich gescheitert bin. 4.418. Boah, was machen wir? Das ist schwierig, immer zu entscheiden, so was. Welcher Hinweis lässt mich in die eine oder andere Richtung tendieren? Sieht die Wand echt aus, ist die Frage. Ich würde sagen, ja. Hm. Die sieht schon echt aus. Discount. Komm, wir gehen einfach, keine Ahnung, nach New York, hier oben. Und irgendwann, 91. Dann haben wir es hinter uns. Natürlich ist es Los Angeles. Bei einer 50-50-Chance liege ich immer daneben. Wirklich. Doch am Set. Es ist doch kein echtes Gebäude. Ach, lecko mio. Wirklich, so ist es doch immer. Es war noch nie anders. So verrückt. Und 98. Ja gut, schwarz-weiß Fotos finde ich immer schwierig. Die drehen eine Serie, die in New York spielt in der A.A. Ah, schön. Larry David. Larry finde ich einen guten Namen. New York Street during show last few days of production. Ja, aber was drehen die denn da nun? Seinfeld drehen sie ja nicht. Ja. Was auf 96 gesetzt? Die drehen da gerade eine Serie Seinfeld, aber da ist doch keiner von den Seinfeld-Leuten. Ah, es ist gemein, sowas. Und ich dachte, die wurde in New York gedreht. Kannst du mal sehen. Ah. Hier, ein verdammtes Set. Ich habe kurz bei dem Klinkerstein überlegt. Ob der echt ist oder nicht, ne? Ah, es war 50-50. Und ich dachte so, boah, das sieht halt aus. Da hinten steht einer, als ob die das extra abgesperrt haben. Haben sie echt gut nachgebaut, muss man sagen. Larry David ist der Auto. Er war das Vorbild für George. Ah, ja gut, muss man wissen. Ich interessiere mich nicht für die Sachen, die dahinter sind oft, ne? Die Serie ist cool. Auf jeden Fall. Seinfeld ist sehenswert. Guckt sie euch an, wenn ihr sie nicht kennt. Auch heutzutage noch. Aber was dahinter ist und wer das entwirft, das ist mir immer so total Banane. 711. Total 4111. Au, 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 au. Feines Score damit. Da kommen wir zum Endergebnis. 34.000. Ich habe ja gesagt, heute habe ich so ein Gefühl, es ist eine richtig miese Runde. Und ich habe recht behalten, es war eine richtig miese Runde. Vorgestern 48.000, gestern 32.000, aber heute immerhin 35.000. Ja, aufs Leaderboard muss ich wahrscheinlich nicht gucken. Gregor hat Robju geschlagen. Oha, es passieren noch Zeichen und Wunder. Ich glaube, Seinfeld hat Gregor heute nach vorne katapultiert. Der Witz ist ja, dass viele der Storys wirklich passiert sind. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Interessant. Da müssen wir uns nochmal unterhalten drüber, weil Seinfeld bin ich auf jeden Fall passionierter Gucker. Aber die Hintergründe, da kannst du mich auf jeden Fall nochmal aufklären. Oder jemand anderes, der gerne in den Chat kommen möchte, auf Twitch zum Beispiel, kann das natürlich auch tun. Und ihr könnt mich als Freund hinzufügen und sehen, dass ihr immer besser seid als ich. Das gibt euch ein gutes Gefühl und ich sehe, wie schlecht ich in Wirklichkeit bin. Und zwar ganz unten. Ja, so ist es halt. Ich würde sagen, das war eine gute Runde und wir sehen uns dann hoffentlich im Stream. Kommt rein, folgt. Bis dann. Und tschüss.